Hallo, Herr Hund. Darf ich auch mal in einem Ihrer Videos mitspielen? Äh, was? Sie? Äh, ja, sind Sie denn für so ein kleines Video nicht ein bisschen zu groß? Ach, ich kann ja die Schuhe rausziehen. Ach, ich weiß nicht. Bitte, bitte. Unsere Videos beschäftigen sich mit der Corona-Krise. Ach, die kann ich mir doch drauf schaffen. Ja, und wie man in dieser Zeit sein Leben meistert. Ach, da hätte ich ein paar sehr spannende Rüsselerlebnisse. Äh, ja, und eigentlich sollen hier auch nur Leute zu Wort kommen, die momentan für die Menschheit wichtig sind. Ja, das bin ich total. Ja, wieso das denn? Na, ich bin doch systemrelevant. Äh? Na, ich bin doch multipliered. Vielen Dank.